Servus Leute, hier ist wieder euer Shox und herzlich willkommen zum siebten Teil des eSports reports und wie ihr wisst kommt der eSports report normalerweise immer sonntags, aber wie ihr auch wisst habe ich doch momentan ein bisschen Probleme mit meinem Laptop und deswegen gab es da ein paar Komplikationen und deswegen kommt er jetzt auch erst heute, aber er kommt und ich würde sagen wir fangen direkt an und zwar war letzten Sonntag oder ja vorletzten Sonntag kann man sagen die MLG 2K Series, die kennt ihr auch mittlerweile alle und wir waren wieder dabei und jetzt ja es lief wieder ganz gut für uns, aber ich würde sagen schauen wir erstmal wer alle dabei war, einmal TCM Gaming war dabei, Millennium war dabei, dann haben wir hier noch alles das Team Regen 2K, das ist ein skandinavisches Team, ich weiß nicht wo die genau herkommen, die Spieler sagen mir an sich auch nix, aber wir sind auch für die EU-Champs qualifiziert und machen sich relativ gut, scheinen sehr sehr stark zu sein dann haben wir hier DB Gaming mit der Devil & Co Orbit Blue, das müsste das schwedische Orbit Team sein, dann sind wir hier dabei, SK Gaming DB Gaming UK, Infused war dabei und dann haben wir hier noch, Black Sign Team war dabei und Epsilon war dabei und es waren wieder einige spannende Matches und fangen wir erstmal mit uns hier an, wir hatten in der ersten Runde wieder den dritten Seed und in der ersten Runde wieder einen Free Win in der zweiten Runde trafen wir auf Alexer Gaming, wo wir mit 2 zu 0 gewinnen konnten im Viertelfinale trafen wir dann auf DB Gaming UK Okay, das Match war ganz schön sweaty, muss man sagen, die waren relativ gut konnten wir uns aber mit 2 zu 1 durchsetzen Team Comeback hat wieder zugeschlagen, nachdem wir die erste Map verloren hatten und dann ging es weiter, schau haben wir sind wir wieder mal auf Epsilon getroffen, die die zweiten Seed haben die sich vorher gegen Infused hier im Viertelfinale durchgesetzt haben und da mussten wir uns mit 3 zu 0 geschlagen geben, 3 zu 0 hört sich wieder viel an war aber von den Maps her wieder relativ knapp und auf der anderen Turnierbaumseite TCM wieder mit dem ersten Seed ja, hat er eigentlich einen relativ easy Run und sind dann auch bis ins Finale gekommen Orbit ist hier, ich weiß gar nicht, wer ist hier Team mehr muss ich direkt selbst mal gucken, wenn man es noch sieht ach, das war das Ex-Orbit Team, genau dazu kommen wir auch später noch das ist Orbit oder das Ex-Orbit Team jetzt die hatten hier bis zum, sagen wir mal so, bis zum Halbfinale einen relativ easy Run mussten sich dann hier gegen, konnten sich hier gegen Orbit mit 3 zu 2 knapp durchsetzen und mussten sich dann im Finale gegen Epsilon mit 3 zu 1 geschlagen geben und somit hat dann Epsilon, ich glaube ich, schon zum 5. Mal in Folge die 2K Series gewonnen und hat auch TCM Gaming mit den Pro Points überholt also war letzten Sonntag Epsilon mit dem ersten Seed und TCM mit dem zweiten Seed dazu kommen aber später noch zur letzten 2K Series dann macht man weiter mit den Call of Duty European Championship Ergebnissen ich würde sagen, fangen wir erstmal bei den Franzosen an und zwar, wo ging es weiter, es ging hier weiter genau, hier ging es weiter, hier hat Vitality das war ein sehr, sehr spannendes Match, genau, da hat Vitality Rises gegen Vitality Returns gespielt und es war wirklich ein mega, mega knappes Match, wo Vitality Rises, also Gotagas Team das A-Team von Vitality mit 3 zu 2 gewinnen konnte und ansonsten, Millennium hat noch mit 3 zu 1 gewonnen und später dann hat Vitality Rises mit 3 zu 0 gegen BTX gewonnen Vitality Returns mit 3 zu 1 gegen YC gewonnen und Millennium hat auch 3 zu 0 gewonnen und gucken wir mal kurz auf die Tabelle von den Franzosen genau, und zwar wie man hier sehen kann, Vitality Rises auch noch ungeschlagen hat kein Match verloren, Vitality Returns erst 1 verloren gegen Rises die 2 sind relativ sicher weiter Millennium, Millennium kann auch nicht mehr allzu viel passieren nee, Millennium dürfte sicher weiter sein und die 3 Teams, die man eigentlich auch erwartet hat, sind hier schon sicher weiter der Rest entscheidet sich dann noch am Mittwoch dann gucken wir hier auf die deutsche Tabelle wer hier alles so gespielt hat und zwar muss ich gucken, wo sind wir bei der 4er und zwar haben wir Esker Gaming gegen Killerfish gespielt ja, Killerfish wundern sich einige Killerfish war doch eigentlich gar nicht dabei ähm, das ist jetzt das Ex-Uprising Team dazu komme ich aber auch später dann ROA hat einen Devrim bekommen gegen Team Choke N7 hat mit 3 zu 0 gegen Cap'n Cola gewonnen und NXG hat ein Comebackers hier gegen Fave Esports die waren schon 2 zu 0 vorne ähm, haben dann Blitz verloren, Domo verloren, S&D verloren und haben somit 3 zu 2 verloren dann ging es weiter, wir haben einen Devrim gegen Choke bekommen Ex-UP, also jetzt KF, hat gegen N7 mit 3 zu 1 gewonnen ROA hat, ähm, verloren mit 0 zu 3 gegen Fave und NXG hat einen Devrim bekommen gegen Choke und hat auch einen 3 zu 0 win bekommen und somit geht es morgen weiter wir spielen gegen N7 Fave bekommt einen Devrim gegen Choke KF spielt gegen NXG ROA gegen Cap'n Cola und dann spielen wir später am Abend noch gegen Fave NXG gegen N7 Cap'n Cola bekommt einen Devrim gegen Choke und KF spielt gegen ROA also wie ihr seht, SK N7 wird nochmal ein sehr, sehr spannendes Match KF NXG wird auch ein sehr, sehr spannendes Match noch SK Fave wird auch ein spannendes Match und N7 NXG wird auch ein spannendes Match und gucken wir uns kurz die Tabelle an wird auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr spannend und zwar, wir sind ja sicher weiter, wie ihr bereits wisst wir sind hier, ähm, 5 Spiele, ähm, 15 Punkte und haben noch keine Map abgegeben KF, also Ex-Uprising ist auch sicher weiter mit ihren 12 Punkten aber N7 NXG und Fave bei den drei ist noch alles offen und es wird sich alles morgen Abend entscheiden also Leute, da könnt ihr auch was gefasst machen ähm da kann sich noch einiges tun da bin ich selber auch wirklich sehr, sehr gespannt wir haben die Streams auch, wenn es mir zeitlich möglich ist, reinziehen da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und da gucken wir noch auf die englischen Ergebnisse fangen wir mit der Alpha-Gruppe an und zwar, müssen wir auch wieder auf die Vierer runter hat TCM mit 3 zu 0 gegen Infuse gewonnen DB Gaming hat mit 3 zu 0 gegen TEC verloren HRG hat 3 zu 2 gegen REG gewonnen und Encydia hat mit 3 zu 0 gegen QIS gewonnen und später dann trafen TCM und TEC aufeinander war auch ein super spannendes Match da hat TCM mit 3 zu 2 gegen TEC gewonnen Infuse mit 3 zu 0 gegen REG DB Gaming äh, musste sich 1 zu 3 gegen Encydia geschlagen geben und HRG hat 3 zu 1 gegen QIS gewonnen und da gucken wir dann mal auf die Tabelle noch wie es in der Alpha-Gruppe bei denen ausschaut hier ist Encydia und TCM sind beide schon sicher qualifiziert wie man sehen kann TEC kann auch nicht mehr viel passieren wenn ich das richtig sehe ähm, Infuse und HRG und DB Gaming haben noch Chancen auf dem vierten Platz also in der Gruppe, wenn ich mich nicht täusche machen sich hier noch Infuse, HRG und DB aus wer nach London auf die Europameisterschaft geht dann gucken wir auf die Bravo-Tabelle Bravo wer hier alles so gespielt hat und wie die Ergebnisse waren und zwar hat Epsilon mit 3 zu 0 gegen Wongis Team gegen Leverage gewonnen Team YouTube konnte mit 3 zu 0 gegen DG gewinnen Evergaming gewonnen mit 3 zu 0 gegen DOM oder D-U-M und Orbit, ähm, gewann mit oder, ja, Ex-Orbit auch dazu kommen aber auch gleich ähm, Orbit gewann mit 3 zu 0 gegen Team Rise und später am Abend konnte sich Epsilon auch mit 3 zu 0 gegen DG durchsetzen Leverage verlor 3 zu 1 gegen Evergaming Team YouTube gewann 3 zu 1 gegen Orbit und das wäre auch der Grund aber dazu kommen wir später also merkt euch mal hier dieses Ergebnis 3 zu 1 ähm, Orbit vs. Team YouTube gewinnt 3 zu 1 gegen Orbit so muss ich sagen und, ähm, Rise gewinnt mit 3 zu 0 gegen DOM dann gucken wir hier noch kurz auf die Tabelle bevor ich zu dem komme, warum ich meinte ihr sollt euch das Ergebnis merken gucken wir hier noch kurz auf die Tabelle na, komm schon ähm, Epsilon auch wie wir ganz klar ähm, erster ist auch sicher schon weiter Evergaming ist schon sicher in London Team YouTube ähm, bei Team YouTube Leverage und Orbit kann noch einiges passieren bei den 3 da entscheidet sich es auch heute Abend ähm, ne, hat sich äh, heute Abend ich sage immer heute Abend weil ich Montag, äh, recorde ähm, also gestern Abend wenn ihr das Video seht und seid hier auf der Homepage da wisst ihr vielleicht schon mehr oder wenn ihr das Ganze ein bisschen auf Twitter mitverfolgt ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende äh, spannende Matches waren gestern Abend oder für mich sind sie heute Abend und, ähm, darf man auf jeden Fall gespannt sein wer dann von den Engländern da weiterkommt der redet mir dann aber im nächsten eSports Report drüber oder ich mache ein extra Video zu den qualifizierten, äh, qualifizierten Teams da muss ich noch gucken, wie ich das mache aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt da Bescheid wie es dort momentan aussieht und jetzt kommen wir dazu warum ich euch gesagt habe ihr sollt euch das Ergebnis merken und zwar hat Team Orbit, ähm, ihr Team gedroppt das Team mit Jake, mit Vintage, LXT und so weiter wurde gedroppt und zwar aus dem Grund da sie mit 3 zu 1 gegen Team YouTube verloren haben und haben dann auf Twitter einfach rumgehatet und wie die Tweets genau aussahen ich glaube, sie sind auch schon gelöscht weiß ich jetzt nicht ich habe die selber nicht live mitbekommen auf jeden Fall habe ich halt mitbekommen dass sie ziemlich am rumflamen waren gegen Team YouTube und, ja, jede professionelle Organisation die muss darauf reagieren das ist das gleiche wenn wir jetzt, ähm, irgendwie keine Ahnung wenn wir gegen N7 verlieren die beleidigen würden oder da großartig rumflamen würden würden wir genauso als SK rausfliegen das gehört sich nicht und richtig Respekt an Team Orbit dass die das so durchziehen dass die da hier ihre Professionellität bewahren und, ähm, die haben sich jetzt hier von dem Team getrennt ähm, somit hat Orbit momentan nur noch ein schwedisches Team äh, Orbit ist auch eine schwedische Organisation und, ja genau das ist halt so ist halt da so passiert ich kann die Entscheidung nur nachvollziehen die sind selber schuld und mal gucken ob die sich überhaupt noch qualifizieren für die Europameisterschaft und ob sie dann auch noch einen Neuorg finden fangen jetzt weiter dann hier Team Killerfish die einige von euch sicherlich kennen ähm, von daher, äh, Rocks und Kiwi kommen die letztes Jahr in Black Ops 2 relativ erfolgreich waren und auch auf den World Champs waren mit Quickie, Kiwi und Rocks und, ähm, die hatten jetzt die ganze Zeit kein Team nicht mehr und vielleicht sagen euch die Namen hier schon was das neue COD Killerfish Team ist das Ex-Uprising Team und deswegen habe ich vorher auch Ex-UP gesagt und KF, wie man in der Tabelle eben gesehen hat ähm, Uprising hat kein COD Team mehr die sind jetzt zu Killerfish E-Sport gewechselt und das Killerfish E-Sport Team ist jetzt Black, Hasbro, Aiken und Terros an der, Terros an der Line-Up hat sich an sich, an blh an sich nix geändert und, ähm, sind wirklich super Jungs sind starke Jungs sie sind auch schon sicher für die Europameisterschaft, ähm, qualifiziert wir werden die dann in London sehen ähm, ich wünsche ihnen auf jeden Fall viel Glück bei Killerfish ich mag die Jungs und haut rein guckt, dass ihr euch qualifiziert für LA würde mich freuen und dann macht man weiter mit der nächsten 2K-Series die, ja, für mich gestern für euch vorgestern war und zwar, ähm, war dabei wieder Epsilon das Team Ragen, Evergaming, Vitality Returns Ancidia, äh, Vitality Rises Empathy, Millennium und TCM und wie ich vorher schon gesagt habe Epsilon hat diesmal den ersten Sieg gehabt TCM den zweiten Sieg und wie ihr auch sehen könnt wir waren nicht dabei das war folgenden Hintergrund einige haben schon gefragt ihr habt ein Kiwi seine Discs gebrochen und er konnte sich also es war am Sonntag ähm, seine Discs gebrochen oder irgendwas war mit seiner Disc und er konnte sich auf die Schnelle keine neue besorgen er war auch in der Videothek aber die war ausgeliehen leider und somit konnte man da leider nicht mit zocken es war sehr, sehr schade ähm, aber ich würde sagen Epsilon hatte, ähm oder Epsilon hatte mit dem ersten Sieg angefangen und ist bereits in der zweiten Runde gegen Team Regen mit 2 zu 1 ausgeschieden ähm, hat wirklich jeden sehr, sehr verwunderter Epsilon momentan wirklich sehr, sehr stark war und da guckt man sich nach den Run an von TCM Gaming TCM Gaming ähm, konnte Millennium mit 2 zu 0 schlagen ähm, konnte das Team Brandon Talk die kenne ich auch das ist nicht das Ex-Orbit Team genau, das ist das Ex-Orbit Team ähm, konnten sich auch mit 3 zu 0 im Halbfinale gegen Orbit durchsetzen oder gegen Ex-Orbit durchsetzen und trafen dann im Finale auf Regen ähm, guck mal hier noch Epsilon Gaming hat gegen Returns mit 2 zu 0 gewonnen verlor aber dann mit Encelia gegen 2 zu 1 und Team Regen konnte sich auch mit 3 zu 2 im Halbfinale durchsetzen und somit war die Begegnung ähm, Regen vs. TCM Gaming und TCM Gaming konnte sich da klar mit 3 zu 0 durchsetzen ist somit Erster gewonnen und konnte auch Epsilon wieder mit den Pro-Points überholen also wir kommenden Sonntag wieder da oben TCM stehen und Epsilon da unten und wir sind normalerweise immer noch im dritten Seed und werden wieder da ziemlich mittig irgendwo stehen ähm TCM Gaming hat somit wieder 4.800 Points bekommen Epsilon hat gar nicht viel bekommen Regen hat 3.200 Points bekommen auf jeden Fall wieder eine starke Besetzung schade, dass wir nicht dabei sein konnten aber nächsten Sonntag sind wir natürlich definitiv wieder dabei und dann sind wir eigentlich schon fast durch mit dem heutigen E-Sports Report eine Sache noch ähm für viele, das ist jetzt nicht direkt was was mit dem E-Sports Report zu tun hat aber ähm für die E-Sportler unter euch viele haben das Problem bei der Xbox One dass sie ihr Chatkabel von dem Headset nicht anstecken können da kommt jetzt am 13. März glaube ich Anfang der 13. März kommt so ein Adapter raus das sieht so aus da kann man dann auch sein Adapter also sein Chatkabel da reinstecken und kann man dann auch ganz normal chat man muss nicht mehr das Xbox Standard Headset aufsetzen oder über Kinect reden dann funktioniert das wieder alles ganz normal der kostet 22,99€ auf Amazon habe ich geguckt, habe ich mir auch schon vorbestellt nur für die Leute die es interessiert und mich interessiert natürlich auch eure Meinung was sagt ihr zu dem Wechsel von dem Uprising Team zu Killerfish und was sagt ihr dazu oder was ist eure Meinung dazu dass Orbit ihr Team gedroppt hat ähm wie findet ihr das und auch zu allen anderen Sachen lasst mir eure Meinung dann schreibt es uns unten in die Comments wenn ihr Fragen habt schreibt mir das auch mit unten in die Comments rein ich versuche natürlich so viele wie möglich zu beantworten wenn viele Fragen da sind mache ich vielleicht auch ein extra Video dazu und ansonsten würde ich sagen wenn euch der eSport Report wieder mal gefallen hat lasst ein Like da bis zum nächsten Mal ciao servus euer Schox cotton